Kommen wir zu Punkt 4. Die Muslime, die uns vorwerfen, dass wir angeblich die Agenten Israels seien, weil wir sie zum Islam einladen, sollten ihre Denk- und Urteilsmethoden auf sich selbst anwenden. Bevor sie andere beschuldigen, sollen sie erst einmal selbst erklären, was die von ihnen sogenannten Kriegsverbrecher bei ihnen selbst zu Hause machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020